So, jetzt leider etwas spartanisch, aber anders ging es nicht. Unsere Verlosung unseres Gewinnspiels. Der Gewinner ist... Cool! Und zwar Cynthia Collard. Und zwar mit dem Kommentar, Pokémon-Tropole, vielen Dank für diese wundervolle Chance. Meine beiden Kids würden sich freuen und Glückwunsch zu diesem Pool. Du hast gewonnen! Also, du findest den Link der Pokémon-Tropole unseres Discords unten in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn du auf den Discord kommst, dann mich anschreibst unter einfach dem Namen iwisa151 und ich dir dann, oder ich euch dann, den Gewinn schicken darf. Dazu brauche ich aber deine Kontaktdaten und die ist am besten, wenn du mir nur über den Discord mitteilst. Ich freue mich, wenn du dich meldest und wünsche noch einen schönen Tag. Ciao!